Chasnero hat tatsächlich ein Video rausgehauen, mit dem Titel Leeroy wird immer schlimmer. Lügen, Manipulation und Gier. Ich habe auch schon was zur Manipulation so ein bisschen gesagt, aber eher so mehr oder weniger ein bisschen angeschnitten. Chasnero hat sich die Zeit oder die Mühe gegeben, da ein 21-Minuten-Video rauszuhauen und das werden wir uns jetzt reinziehen. Diesmal ein bisschen übersichtlicher, jetzt habt ihr hier so das Bild und hier mein Facecam und da überlappt nichts mehr ins Bild. Deswegen, let's go. Ich war mit diesem Video eigentlich schon fertig, aber Leeroy hat sich in der Zeit, die das Video nun mal zum Fertigstellen benötigt, wieder dazu entschieden, Leeroy-Dinge zu tun. Zum einen soll er wohl ein Interview ein bisschen mies gestaltet haben, in dem er jemanden einfach komplett aus dem Kontext geschnitten hat. Dazu hat einfach Kevin ein Video gemacht, welches ich auch... Hey, ich bin im Videotraining, das wusste ich gar nicht. Dankeschön. ...euch verlinke. Und dann habe ich auch Informationen bekommen von jemand anderem, der eine interessante Missrepräsentierung erfahren hat, aber das soll ich noch nicht veröffentlichen. Jetzt Jungs hat er eine Folge das Treffen hochgeladen mit einem Hooligan und einem Polizisten. Nach der Ehrabwerbung, Frank Tillen kracht die Latte unter den Türken... Ach wait, aber das habe ich gesehen. Ich habe ja gesehen, wie Stay auf mein Video reagiert hat und hat auch Stay geguckt mit diesem Hooligan. Das soll einer der... aus der Nazi-Szene in Dortmund... soll das einer sein. Also das ist... oder gewesen sein, ne? Also den man da eingeladen hat. Also auch wieder... Junge... Auch wieder ganz, 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 ganz schwierig. ...wird uns Tom Neubert vorgestellt, als jemand, der mal ziemlich doll rechts war. Wie genau, wird aber nicht thematisiert. 2018 war auf dem Cover der Zeitung Heute Jung, die sich übrigens mit HJ abkürzt, und von der Partei Die Rechte ausgegeben wird, die für die auch Steven Feldmann unterwegs war. Er ist im Dostfelder Umfeld unterwegs gewesen. Da kann es ja schon mal passieren, dass man aus Versehen so ein bisschen reinhitlert. Aber er hat dem Nazi sein ja abgeschworen, sagt er. Jetzt ist er halt nur noch ein gewaltbereiter Hooligan. Bei der Truppe Riot 0231. Zumindest ehemalig. Die haben sich jetzt theoretisch aufgelöst. Was heißen soll, die heißen einfach nur anders und sind genau dieselbe Truppe wie vorher. Also bei dieser Truppe ist er unterwegs. Was gibt es denn dazu zu sagen? Die sind immer noch im Neonazi-Milieu unterwegs. Zu dieser Gruppe gibt es sogar eine Reportage, die pikante Details gefunden hat. Wie zum Beispiel, dass Toms Truppe Dennis Nikit ihnen nahestehen soll und mit dem verbunden ist. Der Angriff 2016 während der Europameisterschaft von russischen Schlägern geht auf seine Kappe. Und er ist Gründer der Modemarke White Racks. Hier sehen wir ein paar Bilder, was die so vertreiben. Haha, Junge. Ey, Bro. Allein schon, wenn du das bilden in der Mitte siehst, weißt du, auf was man sich dann einstellen kann. Ebenfalls verbandet ist seine Truppe mit dem nationalen Widerstand Dortmund. Dass er mit denen nichts mehr zu tun hat, kaufe ich ihm ehrlich gesagt nicht ab. Ich kann falsch liegen, natürlich. Ich frage mich an der Stelle halt einfach, warum er im letzten Video, das er hochgeladen hat, mit dem T-Shirt von der Gruppe unterwegs war. Die sich jetzt halt nicht mehr Riot 0231, sondern Hooligans Dortmund nennen. Mal abgesehen von seinem Posting mit Waffen, will ich kurz die Frage stellen. Warum muss er sieben Jahre in Haft? Was hat der Kerl angestellt? Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt aber auch nicht zu tief gehen. Das soll einfach mal kurz dienlich dafür sein, dass Leeroy nicht ganz so vertraut ist mit dem Begriff Backgroundcheck. Beziehungsweise, dass es ihm einfach egal ist. Ja, aber gut. Jetzt muss man an der Stelle sagen, das ist ihm jetzt nicht das erste Mal egal gewesen, welche Leute er zu sich lässt. Junge, Leeroy hat schon so oft einfach Leute zu sich gelassen, die einen ganz, ganz schwierigen Hintergrund haben. Oder wo du nicht weißt, wie schwierig eventuell die Person ist. Also, da wurden Leute eingeladen, die haben da irgendwie ihr Zeug erzählt. Man weiß gar nicht, ob das richtig war, was die erzählt haben. Er war auch irgend so ein Mörder. Oder beziehungsweise, er wurde wegen Mord angeklagt, war ganz lange im Gefängnis in der USA. Und der hat halt hier gesagt, nö, der war es halt nicht. Und das war alles seine Freundin oder so damals. Und dann wurde er irgendwie, mehr oder weniger, wie manipuliert. Ich weiß gerade nicht, wie das alles gewesen ist. Aber so, man kennt ja jetzt gerade nur die eine Seite von der Medaille. Und ob das dann so richtig ist, weiß man nicht. Also, ob er dann hier richtig sich als Opfer selber bezeichnet. Ob das so okay ist, das so darzustellen. Schwierig. Und ihm die Plattform zu geben. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wer das war. Fangen wir jetzt auch mal mit dem Main-Video an. Ah, dieses Video wird schwierig. Ich bin an einem Punkt, an dem ich nicht so ganz weiß, wie ich das hier handhaben soll. Wir haben ein Leeroy-Video, in dem ein 100-jähriger Opa sitzt. Dieser Opa verbreitet straight-up Lügen über den Zweiten Weltkrieg und stellt manche Sachen schon fast romantisiert dar und suggeriert, dass die deutschen Soldaten deutlich unschuldiger waren, als man sagt. Beginnt das Interview aber paradoxerweise mit der Bekundung, dass er aufklären möchte und der Jugend Bescheid geben will, wie sie sich heute verhalten sollen. Also im Endeffekt nicht das, was im Video passiert. Ich stelle mir selber gerade die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Bin ich nachsichtiger, weil wir hier einen uralten Mann haben? Tu das mit, ja, ja, Onkel Seppel, red du mal ab und halt mich in meiner sonst gerne auch mal derberen Wortwahl zurück. Einfach nur wegen dem Alltag? Oder boller ich los, weil der ein Nazi war, der heute wie gesagt von einem siebenstelligen Publikum Lügen über den Zweiten Weltkrieg und DNS-Zeit verbreitet, die halt stellenweise einfach nachweisbar falsch sind. Ich bin zu einem Entschluss gekommen. Irgendwie fühlt es sich nämlich komisch an, auf so alte Menschen so einzubollern. Es gibt verbale Dresche. Und zwar für Leeroy. Auf ihm soll der Hauptfokus liegen, weil er das Video und die... Also ich habe das tatsächlich nicht gesehen, das Video. Aber ich sage mal, diese Ideologie bekommst du bei vielen nicht raus. Und dieses, ja, extra Dinge verdrängen beziehungsweise falsche Sachen erzählen. Das war ja gang und gäbe, dass man ja nicht das aussprechen durfte, was damals wirklich passiert ist. Die Inhalte, also die Ideen, verbreitet hat. Im ersten Part gehe ich mal auf den riesigen Elefanten im Raum ein, was Leeroy halt alles so desaströs falsch macht, und gerade in diesem Video. Und im zweiten Part betriebe ich mich auf direkte Passagen des Videos. Wenn vor so einem breiten Publikum falsche Dinge behauptet werden, könnte man meinen, dass ein Moderator die Aufgabe hat, zu intervenieren. Es ist kein Geheimnis mehr, dass man sich wirklich anstrengen müsste, überhaupt jemanden zu finden, der dilettantischer im Bereich der Moderationskünste ist als Leeroy. Spontan würde mir der höchstens... Markus Lanz einfallen. Der übrigens aus dem Diametral gegenüberstehenden Gründen. Wenn man da mal einen Satz ohne sein Dazwischengerölpste hören darf und so mit dem Gespräch auch folgen kann, das ist schon ein Happening bei ihm. Hey, das habe ich auch mal im Video erzählt. Ich habe auch die Lanze gebrochen. Ich habe auch die Lanze gebrochen, ja. Weil der Typ, der redet die ganze Zeit auch rein. So, das nervt. Aber... Aber bei Leeroy ist genau das Gegenteil. Naja, was erwartet man von einem Moderator, dessen bestes Argument doch ist. Also, zurück zu Leeroy. Es wurde nicht eine einzige offensichtliche Falschbehauptung korrigiert und unreflektiert durchgewunken, gar teilweise gelobt. Warum das gerade in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg vor so einem riesigen und auch jungen Publikum nicht die beste Idee ist, das könnt ihr euch schon selber denken. Ob das jetzt an Herrn Mantatas Inkompetenz zu moderieren oder seiner himmelschreienden Unwissenheit im Bereich Geschichte liegt, wahrscheinlich beides. Da gäbe es jetzt die Möglichkeit, solche geschichtsträchtigen Themengespräche und Interviews erst gar nicht zu führen, weil da halt eben sonst so ein Klamauk und so ein Seemalskram bei rumkommt, wie in diesem Video. Die andere Option wäre, wenn man... Zumal er ja schon bei... Ich glaube, alles... Junge, Leeroy scheißt immer bei den Themen rein, wo es gesellschaftlich kritischer wird, sag ich mal. Oder wo die Meinung auch mal kritischer wird. Da scheißt er immer rein, weil er es einfach unmoderiert oder so stehen lässt, ohne das irgendwie kritisch zu hinterfragen. Aber wenn sich jemand da ins Interview setzt, der eine fucking Beinverlängerung macht, da ist Leeroy das ganze Interview extrem kritisch und sagt dir, wie scheiße das ist, was der da macht, bla bla bla, ordnet das komplett ein, was die Leute auch gut finden. Aber wenn es um was wirklich Wichtiges geht, dann so... Da wird einfach gar nichts gesagt. Junge, das check ich halt nicht. Wenn man es unbedingt machen möchte, das Ganze via Infotafeln richtig zu stellen und den Zuschauern so wenigstens Informationen zu vermitteln. Auch wenn das die eher ineffizientere Methode ist, weil man dafür die ganze Zeit hingucken müsste und viele solche längeren Videos macht einfach ein Podcast auf dem Zweitbildschirm oder beim Essen auf. Jetzt mal Real Talk. Wer guckt sich denn ein Interview an? Also, was eine Stunde geht beispielsweise. Wer guckt sich denn ein einstündiges Interview an? und guckt die ganze Zeit dabei aufs Handy, auf dem PC oder sonst irgendwas. Junge, wenn ich mir einen Podcast reinziehe oder so ein langes Video reinziehe, dann zocke ich nebenbei, dann mache ich die Wäsche nebenbei, mache alles nebenbei oder gehe eine Runde joggen. Aber ich gucke mir das nicht auf dem Fernseher einfach eine Stunde so an. Also zumindest bei mir so. Und ich denke, die meisten machen das auch nicht. Als ich das auch angesprochen habe in meinem Video, haben übel viele Leute geschrieben so, ey Junge, ich habe mich übel ertappt gefühlt in dem Video. Ich dachte, du hast mich da angesprochen. So, weil die meisten halt einfach zocken. Ja, die meisten zocken einfach nebenbei, was ich komplett verstehen kann. Offen lassen. Es ist dennoch besser, als gar nichts zu tun. Als Leroy noch bei Vogue war, gab es wenigstens noch gelegentlich diese Tafeln. Die Ausrede, dass er jetzt nicht mehr finanziert wird, lasse ich übrigens nicht durchgehen, weil ich mir relativ sicher bin, dass er jetzt um einiges mehr verdienen wird als vorher. Und er somit die Videos bezahlt noch gegenchecken und ausbessern lassen könnte. Ohne Probleme. Ich plauder mal aus dem Nähkästchen. Leroy wird einen besseren CPM M haben als ich. Da bin ich mir relativ sicher. Seine Videos sind halt deutlich Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Chasnero, erzähl nicht, erzähl nicht. Niemand hat so einen guten CPM wie Chasnero, außer irgendwas hat sich hier signifikant bei ihm geändert. Das ist eine absolute Lüge, wirklich. Es gibt niemand, gefühlt, außer vielleicht irgendwelche Business- und Finanzleute, die so einen guten CPM haben wie Chasnero. Junge, der ist auf einem Level von irgendwelchen Ami-YouTubern. Da bin ich mir relativ sicher. Seine Videos sind halt deutlich länger und das ist auch ein Faktor dafür. Ich habe mit einer Million Aufrufe... Glaube ich aber nicht, weil die Themen auch teilweise ziemlich kritisch sind über das, was gesprochen wird. Also ich denke, ich denke, das macht trotzdem nochmal einen Unterschied. ...aufrufe 6.000 Dollar verdient. Leroy macht 6 Millionen Aufrufe im Monat. Das macht einfach mit einer Million. 6.006er CPM. Sechsfache von mir. Und er hat einen Zweitkanal, der mehr Aufrufe macht als ich plus Placements. Sei ihm auch gegönnt. Für Werbeintegrationen kann man eigentlich so im Durchschnitt 40 Euro pro 1.000 Aufrufe verlangen. Mein bester Deal war irgendwo bei 65. Ihr könnt euch also ausmalen, wie viel er wirklich verdient. Sei ihm auch gegönnt. Aber da frage ich mich an der Stelle, wieso reicht es da nicht dafür, jemanden zu bezahlen, der die Videos ausbessert und Infos... beziehungsweise... Und, und man muss sagen, Leroy hat viele Placements. Nicht nur auf dem Hauptkanal, sondern auch auf dem Zweitkanal. Auf dem Hauptkanal weiß ich gar nicht, aber auf dem Zweitkanal hat er relativ viele Placements. Da habe ich mir schon eigentlich relativ viele Videos angeguckt. Da hat er oft ein Placement gehabt. Mit AirUp und was es da alles für Firmen gab. oder Finanzguru und sowas. Also, da gab es schon einiges. Also, muss ich wirklich sagen. Also, richtig Stellung anbringt, wenn Leroy selber nicht dazu in der Lage ist. Gerade bei so wichtigen Themen. Sind es dir die paar Euro nicht wert, keine Falschinformationen in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg zu verbreiten, bei dem NS-Soldaten deutlich besser dargestellt werden, als sie waren? Merkst du was? Gerade bei so wichtigen Themen sollte das absolut im Fokus stehen. Da bei ihm auf Richtigkeitsansprüche offensichtlich aus Leibe gesprüht, grotet wird... Mom! Tüffel! Mach ich... Junge, eins in den Chat. Wer kennt die WoW-Folge von South Park? Okay, Beste, ohne Scheiß. Not Cloud, vielen, vielen lieben Dank. Das Video hier, um den Quatsch einfach so ein wenig richtig zu stellen. Es fängt übrigens schon bei Thumbnail und Titel an. Da gibt es wirklich eine gewaltige Indiskrepanz. Der Opa soll angeblich Hitlers Leibwächter gewesen sein. Im Video wird aber erzählt, dass er ein stinknormaler Soldat, keine SS, einfach ein normaler Soldat war und nur zufällig in die Sperrzone 1 berufen wurde. Okay, 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 warte, warte. Das Video heißt, wie ist das, Hitlers Leibwächter zu sein und eingeladen wurde... Ich meine, das hat mich halt auch gewundert. Wenn der Hitlers Leibwächter gewesen wäre, wie alt ist der dann? Also, das wäre ja schon komisch gewesen. Dann müsste der... Dann hätte der damals im unrealistischen Sinne, wenn er 20 war... Nee, keine Ahnung, selbst wenn er 20 war, hätte er Anfang 1900 irgendwo geboren worden sein. Das funktioniert ja nicht. Ich weiß nicht, wie uralt der dann sein soll. Müssen er ja 120 oder so sein, das glaube ich aber nicht. Das Leibwächter wurdest du eigentlich nur, wenn du bei der Leibstandarte SS, kurz LSS-AH bist. Das war quasi eine Elite-Truppe, in Anführungszeichen, die dezidiert als Leibwache eingesetzt wurde. Sprich, die übelsten der üblen Nazis, die es damals gab. Nicht nur an Barbarei und Abschuldigkeit kaum zu übertreffen, sondern 100%ig NSDAP-treue überzeugte Nazis, die voll an Bord waren, sonst wären die wohl kaum bewaffnet in die Nähe Hitlers gelassen worden. Das sollte eigentlich jedem klar sein, der seinen Verstand benutzen kann. Entweder lügt Leeroy hier im Titel und Thumbnail, oder dieser Mensch wird im Video signifikant unschuldiger dargestellt, als er es eigentlich tatsächlich war, denn es gibt schon einen großen Unterschied zwischen SS- und normalen Wehrmachtssoldaten. Abgesehen davon war der letzte überlebende Leibwächter Hitlers Orochus-Misch, der am 5. September 2013 gestorben ist. Ja, und geboren 1917. Nur mal so, wie alt die jetzt sein müssten. Also wenn der jetzt auch 1917 geboren wäre, würde der jetzt 106 Jahre alt sein einfach. Also vor knapp 10 Jahren. Das war der letzte. Leeroy mal im Ernst, hast du es nötig schon im Titel und Thumbnail zu lügen? Muss das sein? Hat da vielleicht jemand die Klicks vom Herbert-Döring-Interview gesehen und wollte auch einfach mal so richtig auf den Putz hauen? Ich verstehe den Approach absoluten Zeitzeugen von der Nazi-Seite interviewen zu wollen. Das kann man ja auch machen und es könnte wirklich interessant werden, wenn der O-Ton des Interviews nicht wäre, welche Farbe die Fliesen in der Sperrzone 1A hatten, sondern wirklich direkte Fragen zu den Gräueltaten, die hätten gestellt werden müssen. Leeroy hat eine einzige Frage in 30 Minuten gestellt, die auch nur ganz leicht in diese Richtung geht. Man hätte so viel Spannendes fragen können, aber das, egal aus welchem Aspekt, dieses Interview war die reinste Clown-Fiesta. Es war nicht spannend, es war nicht informativ, es war nichts. Das war ein Fliegenschiss. Komm schon, wie sehr kann man es eigentlich verkacken? Er hat jetzt nicht wirklich nach der Fliesenfarbe gefragt, auch wenn mich das nicht gewundert hätte. Das war einfach eine Überspitzung. Die Fragen waren nämlich wirklich im Vergleich zu dem, was man hätte besprechen können, unsagbar belanglos. Wenn man es halt richtig und ordentlich kritisch anstellt, so nach Bord und auch mal nach... Hey, das Ding ist, bei solchen Sachen wäre das voll interessant zu wissen, jo, was, wie, wie ist das früher abgelaufen und so. Das Problem ist, wenn du da eine Persönlichkeit wie den dort hast, die vielleicht sehr viel Müll auch erzählt, aufgrund von Ideologien, die er vielleicht auch immer noch irgendwo in sich trägt, weil das kriegst du auch zum Teil vielleicht nicht so raus. Dann weiß ich nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist. ist da die große Plattform zu geben. Aber Leeroy hat so viele Interviews, wo er auch mal so ein bisschen hinterfragt oder auch mal sagt, jo, wie schaut's da aus? Auch so richtig angenehme Gespräche. Aber warum klappt das nicht bei so wirklich brisanten Themen, wo man sagt, Alter, das ist wirklich heftig? Also da, keine Ahnung, gerade da scheitert Leeroy hin und wieder. Ach, frag. Ey, völlig fein. Aber Leeroy hat sich für den Pfad entschieden, einfach wie ein Wackel-Wackel daneben zu sitzen und mit dem Kopf alles abzunicken. Es wäre schön, wenn es dann auch noch ein Interview geben würde, das einen Überlebenden, der Grolltypen zu Wort kommen lässt. Das würde wahrscheinlich auch besser ankommen als so ein unsauberes Interview, in dem auf einmal traurige Musik eingespielt wird, wenn der Opa davon redet, dass seine ehrenhaften NS-Kameraden gefallen sind. Naja gut, sonderlich harte Kritik gab es dieses Mal nicht, wenn man mal in die Kommentare schaut. Da wurde... Der Herr ist 100 Jahre alt und noch völlig klar im Kopf. Ich finde es cool, ich finde es cool, dass es noch Zeitzeugen gibt. Man kennt sonst alles von Geschichtsbüchern und er erzählt das Erlebnis in der Zeit. Ja, aber dann ist halt wieder die Frage, stimmt das auch alles so? Da erinnere ich mich an einen Typen, der hat STRG F auch ein Interview mit dem gemacht. Der hat auch ganz, ganz viel schwieriges Zeug erzählt. Ich glaube, es war STRG F, war das. Der hat auch immer noch irgendwelche Vorträge gehalten, um die Leute zu radikalisieren. Warte, wie ist der? Der hier, SS-Mann, Karl M. Ganz schwieriger, also wirklich ganz, ganz schwierige Persönlichkeit. Auch wie er das erzählt hat. Und wie Menschen in Frankreich dann gestorben sind und so weiter. Also es war wirklich... Es ist nicht mehr lustig, wie das auch erzählt wurde. Und nee. Nee, habe ich persönlich auch keinen Respekt für. Leider nicht so viel reflektiert und man hat irgendwie auch nicht verstanden, was da gerade passiert. Irgendwie 10% haben es vielleicht gecheckt, laut Bewertung. Aber jetzt wird es auch mal Zeit, sich das Video direkt anzuschauen. Ich konzentriere mich hier erstmal auf die dicksten Brocken, damit wir hier auch noch irgendwann fertig werden. Das ganze Interview ist unten verlinkt. Es fängt im Intro, also im Vorspann, übrigens schon mit einer der geschichtsrevisionistischen Lügen überhaupt an. Mit der Schutzbehauptung, die niemand hat irgendwas gewusst, Lüge. Darauf gehen wir aber des Kontext halber, wenn sie im Video kommt, in Gänze ein. Ich wollte einfach nur nochmal darauf hinweisen, dass Leeroy eine der beschissensten Stellen für so gut erachtet, dass er sie direkt an den Anfang schneiden muss. Also das ist auch mal eine Möglichkeit der Selbstkasteiung. Den größten Patzer, den größten Ich-habe-reingeschissen-Moment direkt zu Beginn bringen. Junge, wie kommt der auf den Namen Kasteiung? Sag mal bitte, also ist das wieder so ein Videospiel-Ding? Zockt irgendwer die Spiele, die Jasnero zockt? Dass er auf Kasteiung kommt, was ist das für ein Wort? Junge. Naja, die erste kritische Aussage kam auf die Frage, wie war es auf andere Menschen, spezifisch auf russische Soldaten zu schießen? Kurt antwortet, dass ihm dieses direkte Gefühl nicht bewusst war und sagt dann folgendes. Die mussten uns dort nur verteidigen und wir hatten mit der Zivilbevölkerung immer ein gutes Verhältnis. Warte, will er uns gerade sagen, die Deutschen mussten sich die Deutschen führen einen Angriffskrieg und haben sich verteidigt. Im deutsch-sowjetischen Krieg nur verteidigen? Ich glaube, das war so ein wenig anders. Am 22. Juni 1941 ist die deutsche Wehrmacht mit dem Unternehmen Barbarossa nämlich in Russland einmarschiert. Ich weiß also nicht, wie man darauf kommt, zu sagen, dass die Deutschen sich nur verteidigen mussten und dass die russische Zivil... Ich meine, na klar, antwortet auch dann die Sowjetunion darauf und schießt auch gegen Deutschland als Verteidigung. Aber wenn, dann haben die sich verteidigt und nicht die Deutschen haben sich verteidigt. Also das ist natürlich auch eine sehr krasse Verharmlosung von dem, was damals passiert ist. Also man kennt das ja, was passiert ist. Also da war nix mit, die Deutschen mussten sich verteidigen. Lack, das ist ein ganz normales Wort. Ja, du hast maximal einen an der Schüssel. Die Bevölkerung mit den deutschen Soldaten, die dort eingefallen sind, für einen Vernichtungskrieg ein gutes Verhältnis hatten. Also komm schon. Es geht aber noch weiter mit der Behauptung. Also ich muss ehrlich sagen, wenn wir von den Zwiebeln gekriegt haben oder Eier oder so, wenn wir mal im Dorf lagen, das haben wir immer ehrlich bezahlt und alles mehr. Nix den Leuten weggenommen. Die Deutschen haben ehrlich bei den Russen eingekauft. Möchte Kurt uns gerade wirklich erzählen, dass da alles Friede, Freude, Eierkuchen war? Also war der ganz, also das, also nee, nee. Das ist doch absoluter Humbug. Ja. Das ist ja genauso Quatsch, wie wenn man sagen würde, ja, also die Russen, die sind in die Ukraine rein und dann haben die da ganz normal einfach dort eingekauft, weil die ja so krasse Gönner waren. Also wenn, dann haben die dort einfach auch die Läden eingenommen. Ja, und fertig aus. Ich zitiere mal kurz. Die Zivilbevölkerung massiv zu verringern, also zu ermorden, gehört von Beginn an zur Strategie des Andes der Deutschen. Und vor allem, wer auch viele Geschichts, viele Geschichtsfilme angeguckt hat, viele Zeitzeugen sich angeguckt hat, gibt es ja auch viele Interviews auch, was dort abgegangen ist, der hat so eine Ahnung, was da vielleicht passiert sein könnte und wahrscheinlich sind die nicht dorthin und haben dann ganz fleißig an der Kasse bezahlt und gesagt, ja, hier, haben sie ja, haben sie ein paar Mark und danke für die Butter. Also, was eigentlich, was ein Schwachsinn auf Osteuropa. Was auch nicht verwunderlich ist, jemand, der sich mit der Propaganda damals auseinandergesetzt hat, wusste, als was die osteuropäische und sowjetische Bevölkerung damals bezeichnet wurde. Ich kann es hier nicht genau aussprechen, aber es wurde schon relativ deutlich gemacht, dass man diese Menschen als Menschen zweiter Klasse anzusehen hat. Was ist mit dem Massaker von Koyukivka? Kam man da auch super mit der Zivilbevölkerung aus und wurde mit Zwiebeln und Eiern begrüßt? Ich zitiere nochmal. Dabei gab es in Weißrussland und Russland, in den baltischen Staaten und in der Ukraine tausende Orte, die niedergebrannt wurden, an denen Frauen und Kinder, Greise und Kranke ermordet wurden. Orte unaufsprechlicher Gewalt. In den westlichen Teilen der Sowjetunion gab es kaum eine Familie, die nicht betroffen war. Das hier ist eine kleine Zusammenfassung der Gräueltaten, die damals von der deutschen Seite begangen wurden in diesem Krieg. Was da im Video erzählt wird, dass die Zivilbevölkerung super auskam mit der Wehrmacht, ist absoluter Bullshit. Selbst wenn man die genauen Taten nicht kennt, sollte man mit gesunden Menschenverstand darauf kommen, dass ein Vernichtungskrieg auch der Zivilbevölkerung gegenüber nicht gut bei eben dieser ankommt. Und jetzt kommt wirklich der absolute Kicker. Das hier fügt Kurt noch hinzu. Die heutigen Verhältnisse, wie das alles geschildert wird, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war bei uns gar nicht, gar nicht Zitte. Und wir haben also keinem Russen mit Schleidchen getan. Nein, naja, auf jeden Fall. Also wirklich. Die Deutschen waren da ganz brav zu den Russen. Also die haben die praktisch in den Tod gestreichelt. An der Stelle kann man ja davon ausgehen, dass Leeroy darüber Bescheid weiß und interveniert, oder? Weil der wird sich doch bestimmt auf so ein schwerwiegendes Thema vorbereitet haben, bevor er sich da mit ihm hinsetzt. Wenn der Kerl da gerade sagen möchte, dass die Deutschen doch gar nichts Böses da gemacht haben, sollten sofort alle Alarm kommen. Junge, also das ist ja offensichtlich, sorry, aber das ist ja offensichtlich gelogen. Das ist ja nicht mal, Junge, also entweder der ist wirklich extrem brainwashed oder der labert wirklich bewusst so eine Scheiße, um die Leute da zu manipulieren und zu sagen, ey Cooper, wir haben gar nichts gemacht damals. Obwohl es, also sorry, es gibt so viele Menschen, die das auch bezeugen konnten, was da alles gewesen ist und der Typ will wirklich sagen, die sind nach Russland und haben nichts gemacht, oder wie? Ich weiß nicht, haben die gegeneinander Fußball gespielt und dann die Räume eingenommen, oder wie? Also du kannst mir das doch nicht erzählen, was ist das für eine Scheiße? Das war lieber. Also ich bin froh, dass ich das Video nicht angeguckt habe von Leroy und dem Typen, das ist ja nicht mehr auszuhalten. Leroy's Antwort. Außerdem der auf der Freundin übersteht. Ja, der hat doch auf uns geschossen. Um den ganzen Mikro aufzusetzen, zu dem Satz, die haben ja auch auf uns geschossen, sagt Herr Matata, gar nichts. Das lässt er gänzlich unkommentiert. Ja, ach was, wie kommt das denn? Die haben auf euch geschossen? Nachdem ihr bei denen eingefallen seid und tausende Orte samt Bevölkerung vernichtet habt, wie kann das denn kommen? Er rechtfertigt, beziehungsweise relativiert damit auch noch durch die... Was, äh, Jasnero schreibt gerade, mit so alten Menschen will man eigentlich Dame oder Mensch ärgere dich nicht spielen. Ähm, das macht mich einfach so salzig, einen so alten Menschen angehen zu müssen. Ja, aber sorry. Alt hin oder her, wenn jemand so schwerwiegenden Bullshit erzählt und die damalige Zeit miterlebt hat, da fehlt's einfach einfach... Da musst du halt auch was sagen. Ja? Und dann musst du auch eingreifen. Und zur Not würde ich so eine Scheiße dann gar nicht erst veröffentlichen, wenn ich nichts moderiere oder nicht mal irgendwie noch was einblende, was der hier für eine Scheiße erzählt. Das ist ja wirklich nicht... Das ist einfach übelster Bullshit. Jeder, der sich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt hat, weiß, dass das, was der hier erzählt, von vorne bis hinten ja kompletter Bullshit ist. Die Blume, den Angriffskrieg, selbst wenn das von ihm nicht absichtlich ist, sein sollte. Seine Absicht kann man ja nicht klar benennen, weil es einfach unbehandelt bleibt. Ich will dem da nichts unterstellen. Du hättest da einen verkackten Stein neben den Opa setzen können. Da wäre genauso viel bei rumgekommen. Leeroy hat einfach mal wieder geleroid. Als nächstes kommt die Szene, in der Leeroy traurige Musik einblendet, während der Opa davon schwadroniert, dass seine Kameraden im Krieg gefallen sind und was es doch für ein schwerer Verlust für ihn war, dass die Deutschen da gestorben sind. Ich erspare euch das mal, aber es kommt schon irgendwie ein bisschen zynisch rüber. Wie gesagt, wenn ihr das ganz sehen wollt, ist unten verlinkt. Es wird umso peinlicher für Leeroy. Weißt du, und das finde ich so schade bei Leeroy. Das finde ich jetzt echt schade. Rias, vielen Dank für den Sub. Also 22 Monate am Stück. Der Junge ist verrückt. Vielen Dank dafür. Pass auf, also eine Sache finde ich so richtig schade bei Leeroy. Es gibt so viele Videos von ihm, die mega geil sind, oder wo ich dann auch sage, die Interviews, die feiere ich richtig. Letztens habe ich mir auch, ich habe mir in letzter Zeit eigentlich relativ viel angeguckt, weil ich so oft bei Leeroy gar nicht reingeschaut habe. Ja, schon ein, zwei Mal, aber jetzt nicht so oft. Und da habe ich mir so ein paar Interviews bei Leeroy Matata, also seinen Zweitkanal, habe ich mir reingezogen. Fand ich top. Fand ich top. Sehr entspannte Gespräche. Aber das war jetzt nichts Schlimmes. Das war zum Beispiel hier mit Florian Homme, habe ich mir angeguckt. Irgendjemand, der wurde Millionär durch irgendwie irgendwelches Verkaufen von Socken, von Snogs, so hieß das, und so weiter. Also wirklich gute Gespräche mit Flying Uwe, hat er Interviews aufgenommen, mega cool gewesen, mit Elias N97, cool gewesen, hat echt Spaß gemacht, sich das reinzuziehen. Aber schon geht es mal eigentlich um eine bisschen kritischere Geschichte. Macht Leeroy nichts. Da kommt nicht irgendwie mal so eine kritische Frage oder irgendwie so, ja, stimmt denn das überhaupt, was da passiert ist? Da wird einfach gar nichts, gar nichts gemacht. Und das auf dem Hauptkanal, wo noch viel mehr Aufmerksamkeit ist. Das finde ich einfach schade. Also Leeroy hat eigentlich das Potenzial, geile Interviews zu führen und geile Gespräche zu führen. Aber wenn es darauf ankommt, dann nutzt er das null. Und das finde ich einfach kacke. Das ist einfach schade. Und danke für den Sub, Dominik. Vielen, vielen lieben Dank, Mann. Das Video mit Aachen war geil. Ja, genau, genau. Das Video auch mit Aachen habe ich auch reingezogen. Wenn man das Ganze mal aufarbeitet und sich das nach zu Gemüte führt. Was, sorry, was war das mit Snogs? Eben, hab die Socken auch mal getragen. Ja, gar nichts. Also positiv eher. Da hat jemand, also der hat nur gezeigt, wie er das aufgebaut hat, die Marke. War gut gewesen. Kurt, ich muss dir erstmal ein großes Lob aussprechen. Du erinnerst so viele einzelne Details. Ja. Und das ist so unfassbar lange her. Das ist, glaube ich, auch wichtig für die Zuschauer, dass ihr euch da versucht, hineinzuversetzen. Ja, aber er erinnert sich ja offensichtlich falsch. Da wurde halt in einer Tuck Quatsch erzählt. Sorry, dass ich das so sage. Es ist nochmal extra dreist, anstatt Falsches zu korrigieren, hervorzuheben, wie toll er sich doch erinnert. Dadurch entsteht ein viel zu positives Bild für das, was dort abgeliefert wurde. Ja, dadurch entsteht ein Bild, dass das, was er erzählt, richtig ist. Wenn du sagst, mega geil, wie du dich so gut daran erinnerst. So, als wäre das richtig, was er erzählt. Ich glaube, das ist ja noch problematischer. Anscheinend ja nicht. Abgesehen davon gibt es vorher und nachher auch noch einige andere Ungereimtheiten, die nicht so ganz zusammenpassen. Also völlig deplatziertes Lob an der Stelle. Wenn es wichtig wird, kann er sich ja auch plötzlich an nichts mehr erinnern. Beziehungsweise will von nichts gewusst haben. Aber wenn man unwichtige Details aufzählt, ja dann, ne? Als nächstes redet Kurt davon, dass er der Auserwählte war, der in die Sperrzone 1A beordert wurde. Also ziemlich nah an Hitler dran. Die Frage ist, warum ausgerechnet er? Warum war er derjenige? Die einzige Person aus der Kompanie, die dafür bestimmt wurde. Ob dafür jetzt besondere Regimetreue der Grund war? Kurt weiß es nicht und kann es sich auch nicht erklären. Ein direkter Leibwächter von Hitler war er ja nicht. Das haben wir schon besprochen. Auch das Begleitkommando war unfassbar regimetreu. Es ist ja auch klar, dass Menschen, die mit Waffen in die Nähe von Hitler gelassen wurden, sehr mit an Bord gewesen sein müssen. Gerade 1944 gab es ja schon das ein oder andere Attentat und Vorsicht war da eine der obersten Prioritäten bei denen. Irgendwas ist ein bisschen faul an der Geschichte. Was genau, kann ich aber nicht sagen. Jetzt bekommen wir erzählt, wie es sich für den Opa angefühlt hat, Hitler zu begegnen. Und dann wusste ich, jetzt kommt er bei dir raus und geht zu dem Hund. Da habe ich da bestimmt Herzklopfen gehabt. Das habe ich heute noch, wenn ich daran denke. Und dann habe ich dann probiert, ob das Koppel richtig sitzt und das Käppchen richtig. Okay, er bekommt also heute auch noch Herzklopfen, wenn er daran denkt, wie er Hitler getroffen hat. Und hat sich da natürlich zurecht gemacht. Man muss ja auch einen guten Eindruck hinterlassen. Warum bekommt er heute auch noch Herzklopfen, wenn er daran denkt? Ist es Nazi-Nostalgie? Damals war das ja ganz klar ein Freundending. Er hat sich ja offensichtlich seiner Erzählung nach gefreut, Hitler persönlich zu begegnen. Wenn er es einfach so dazu in dem Nebensatz sagt, dass er heute auch noch Herzklopfen bekommt, frage ich mich wieso. Und ebenfalls frage ich mich wieder, warum hat Leeroy da nicht eingehakt und kritisch nachgefragt, was er damit meint. Durch die fehlende Hinterfragung... Ja, das ist die Frage, wie er es meint. Also, was meint er jetzt mit Herzklopfen? Kann ja auch positiv oder kann auch negativ sein. Kann auch sein, er hat es klopfen so, scheiße. Aber kann auch sein, auch geil, den treffe ich jetzt. Die Frage ist, wie ist denn das jetzt gemeint? Ist es jetzt so gemeint wie, oh, wenn ich daran denke, oh, es war schon ein geiler Moment. Oder ist es so, ja, das erinnert einen an die Zeit, die echt nicht gut war. Aber wenn er vor allem nur positiv oder irgendwie alles nichts gewusst haben will, dann kann man sich denken, was er damit vielleicht auch meint. Bleibt es den Zuschauern überlassen, wie sie das zu interpretieren haben? Super kritisch. Es wäre essentiell gewesen, da einzuschreiten, Leeroy. Dadurch, dass im weiteren Verlauf über Hitler kein einziges negatives Wort, sogar im Gegenteil, schon fast positiv von ihm gesprochen wird, bleibt auch bei mir ein ziemlich desaströser Eindruck. Vielleicht hat er sich ja unglücklich ausgedrückt. Das kann im 100-jährigen Jahr mal passieren. Leeroy, mach deinen scheiß Job. Und mit positiv meine ich unter anderem Folgendes. Ich kann es missverstehen, aber für mich hört es sich so an, als wäre das eine positive Darstellung. So als wäre er sehr volksnah und würde sich für jeden Einzelnen Mühe geben und sich den Namen merken. Bestärkt wird das Ganze dann noch mit der Aussage um Minute 21, in der uns mitgeteilt wird, dass Hitler sich ja höchstpersönlich um die Verwundeten gekümmert habe und die besucht hat und sowas. Das in Kombi mit dem Herzklopfenpunkt zeichnet ein wirklich unschönes Bild. Die Beschreibung des Stauffenberg-Attentats von Kurt werfen auch einige Fragen in mir auf. Mal war er direkt drin und will alles mit eigenen Augen gesehen haben. Wo mir aber erneut die Frage in den Sinn kommt, warum wurde ein angeblich ganz normaler Als ob der dort war. War das nicht, äh, wo war Stauffenberg? Wolfschanze? War das nicht bei, was jetzt Polen? Nee, dann machen wir zufälligerweise demnächst sogar in die Nähe. Also wir machen nach Danzig nächste Woche, ähm, also Nähe Danzig. Und da, weil ich glaube noch weiter östlich ist dann die Wolfschanze. Ich glaube, da war dann das Attentat, was verübt wurde, was leider, leider nicht so ausging, wie es ausgehen sollte. ...normaler Soldat mit der gesamten Führungsebene... Ja, war Wolfschanze, okay. Ich war auch, da war der Akten... Ja, gut, genau, war klar, ja. Der Typ war in der Wolfschanze Schrankenwert, okay. Die Wolfschanze ist zu taktischen und strategischen Besprechungen. Ah, nein, du hast sogar gesagt, ja. Das kann ich mir beim besten Bild nicht vorstellen. Da wurde halt einfach nicht jeder reingewunken. Aus offensichtlichen Gründen. Auch Erzählungen über Stauffenberg selber sind ungenau und passen nicht zueinander. Bei einigen kam der Verdacht auf, dass sich da vielleicht Erinnerungen mit dem Stauffenberg-Film vermischt haben könnten, weil er exakt die Filmszenen beschrieben hat, Bild für Bild, die er eigentlich gar nicht hätte sehen können. Aber... Junge, niemals. Aber das ist für das Thema hier auch relativ irrelevant. Wir kommen zum absoluten Lowlight dieses Videos. Die Stelle, die wir vorhin angeschnitten haben, weil Leeroy sie für so toll hielt, dass er sie schon im Intro präsentieren müsste. Das war übrigens auch die einzige halbwegs kritische Frage von Leeroy aus dem Interview. Nämlich, was Kurt jetzt im Nachhinein von der NS-Zeit hält. Die ganze Parteizern und alles. Was hat gerade Stauffenberg geschrieben? Stauffenberg darf man aber auch nicht abkulten. Der war genauso ein Nazi wie die anderen Hochrangigen. Das war Selbstinteresse mit dem Attentat und keine Heldentat. Durchaus möglich. Wahrscheinlich wäre es trotzdem besser geendet, hätte er dort Hitler umgebracht. Vielleicht wäre er dann auch mit weggekommen, weil er dann dafür verantwortlich gemacht wurden würde. Und dann hätte weder er was davon gehabt, noch hätte Hitler was davon gehabt und dann hätte sich irgendwas anderes suchen müssen. Deswegen ja, keine Ahnung. Aber ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie hochrangig da Stauffenberg war. Das kann ich gerade gar nicht sagen. Zwei Nazi, der Hitler töten wollte, aber absolut falsch, den zu verehren. Aber klar wäre gut gewesen, wenn das Attentat geklückt wäre. Also sonst sagt man ja nicht, sonst wünscht man ja niemand den Tod, aber ich glaube bei Hitler, das ist so eine, ich glaube da kann man schon eine Ausnahme machen, oder mal sagen, okay, das hätte vieles, vieles Schlimmeres verhindert. Ich glaube schlimmer als Hitler wäre Stauffenberg nicht gewesen. Ich glaube fast kein Mensch der Welt wäre so schlimm gewesen wie Hitler und seine Pläne da. Haben wir als Soldat ja gar nicht erlebt, haben wir nicht gewahr geworden. Und erst nach dem Krieg sind die ganzen Kleugeltaten, alles was bekannt geworden ist, KZ und alles, das ist ja nach dem Krieg populär geworden. Vorher hat ja der einfache Mann so, der hat doch nie etwas von KZ gehört. Auch wie hier in Hamm. Leeroy, solltest du da mal genau nachfragen und das nicht einfach so stehen lassen? Ja. Hast du es denn auch gemacht? Nein. Was hast du denn stattdessen getan? Nein. Ein Hm. Das war's. Also mal ganz kurz, er redet ja nicht nur davon, dass niemand da was über die KZs gewusst haben will, sondern dass niemand von irgendwelchen Gräueltaten wusste. Das ist gelogen. Straight up gelogen. Also mal abgesehen davon, dass er vorher in diesem Video schon davon geredet hat, dass die Juden verfolgt und Synagogen abgefackelt wurden und er das mit eigenen Augen gesehen hat, was ja auch eine Gräueltat war, ist dieses Märchen, dass niemand was gewusst haben soll, einfach falsch. Es ist mittlerweile eigentlich Konsens, dass das falsch ist. Die zeitgenössische Kenntnis vom Holocaust ist bei Forschern aus dem Bereich komplett übereinstimmend eine Lüge. Eine Schutzbehauptung, um genau zu sein. Und ja, es gibt tatsächlich ein Forschungsfeld, das sich nur auf diesen Teil der Zeitgeschichte bezieht. Wenn es bei der allgemeinen deutschen Bevölkerung bereits bekannt war, kannst du mir nie im Leben weismachen, dass jemand, der in der Sperrzone 1 um die Wolfschanze aktiv war, nichts davon mitbekommen haben will. Und es war auch nicht so, als wäre Kurt irgendwie speziell isoliert gewesen. Warum lässt Leeroy ihm diese Lüge durchgehen? Das ist nachweisbar falsch. Ja, ganz einfach. Ja, vor allem, weil man es ja auch eigentlich im Nachhinein nochmal hätte prüfen können und gucken können, ja, wie realistisch ist das? Und dann könnte man wenigstens noch eine Einblendung reinmachen. Also es ist das Mindeste, Dinge auch zu korrigieren, wo man sagt, ey, der erzählt das zwar so aus eigentlich Erfahrung, aber die Fakten sagen was ganz, ganz anderes, was er da erzählt. Aber das ist wieder so, ja, das ist wieder das Problem bei Leeroy. Einfach, weil Leeroy himmelschreiend unwissend ist. Der hat davon überhaupt keine Ahnung, sonst hätte er in diesem Moment aber ganz schnell Widerspruch einlegen sollen. Diese Lüge darf man so nicht durchgehen lassen. Wir reden hier übrigens von dem Zeitraum 44, von dem Kurt gerade spricht, ne? 1938, zu dem Novemberpogrom, war es schon eine allgemeine Frage, was jetzt eigentlich mit den Juden passieren würde. Es gab Zeugenberichte, weil es einigen Häftlingen gelungen ist zu fliehen und die diese Informationen weiterverbreitet haben. Beispiel wie Todd Pilecki. Überlebende berichten davon, dass sie auch bereits vorher von diesen Gerüchten gehört hatten. Jetzt mal reine Logik. Abgesehen von der Wannsee-Konferenz, wo NS-Behörden und die oberen Ebenen das halt besprochen haben, so viele wie daran beteiligt waren. Denkt ihr wirklich, dass sich das nicht rumspricht? Wie kann es sein, dass BBC 1942 bereits darüber Bescheid wusste und darüber berichtet hat? Warum wusste das OSS Office of Strategic Services darüber Bescheid? Ich packe euch einfach mal keine Ahnung, fünf bis zehn Quellen dazu in die Beschreibung, falls YouTube mich lässt. Was ist das denn für ein absurder Unsinn, dass die Deutschen von nichts gewusst haben wollen, aber jeder andere wusste es? Und diese geschichtsrevisionistische Lüge des Unwissens wurde erfolgreich an eine Million Menschen in Deutschland verteilt. Das ist aber das, das habe ich schon öfter gehört, dass die Leute oder Zeitzeugen, die damals selber Hitler auch gedient haben, dass die sagen, ja, wir wussten ja damals nicht, was das ist. Wir wussten ja nicht, dass es dann so krass wird und so. Das kommt mir ja nicht an. Komischerweise wusste das jeder, ja, nur die Leute, die dafür gedient haben, die wussten es nicht. Also ganz merkwürdige Sache. Vor allem auch die, die dort direkt mitgearbeitet haben, die wussten ja nicht, die Leute, die kamen da zwar weg und wurden da deportiert, aber was, wo jetzt hin? Keine Ahnung. Super gemacht, Leeroy. Kein Wunder, dass ich dann Kommentare lesen darf, wie, jemanden wie Kurt mit so viel Lebenserfahrung könnte ich stundenlang zuhören. So etwas ist viel wichtiger als die heutigen Influencer, die echt viel Müll reden. Das ist ein Top-Kommentar. Was ist daran wichtig, historische Falschinformationen zu verbreiten? Da ist es mir lieber, wenn irgendein Influencer irgendeinen Quatsch erzählt, anstatt dass die deutschen Soldaten damals als unschuldig dargestellt werden. Ich gucke jetzt nicht weiter in die Kommentare, sonst fange ich an zu rotieren. Ja, ganz genau. 6 Millionen Juden nach Betzdorf. Ganz klar und logisch. Er spinnt diese Erzählung, dass niemand von irgendwas gewusst haben will, noch den Rest des Videos weiter und wird sogar noch von Leeroy dafür gelobt, wie toll er doch aufklärt. Ganz großes Kino, Leeroy. Wirklich. Und die wussten das auch. Auch safe wussten die das. Vielleicht die Anfangszeit wussten die das nicht. Wo auch die Juden das nicht wussten. Aber sobald es dann auch die Juden mitbekommen haben, hat es jeder mitbekommen. Du kannst ja nicht sagen, ey, ich streite das ab. Aber am Anfang, das kann schon sein, dass man es ganz am Anfang nicht mitbekommen hat. Zur Anfangszeit, als die Juden in die KZs gebracht wurden. Das ist ja nochmal was anderes. Aber du kannst ja nicht sagen, dass sie die ganze Zeit nichts davon wussten. Das ist ja absoluter Schmarrn. Dieses Video ist eine Schande. Sorry, das so direkt zu sagen, aber das Ding geht einfach gar nicht klar. Leeroy, wie wärs, wenn du solche Themen in Zukunft einfach lässt. Offensichtlich bist du einfach nicht für einen kritischen Moderationsstil gemacht. Also behandle keine Themen, die diesen Stil erfordern oder rechne halt mit Kritik. Es kräht kein Hahn danach, wenn bei irgendwelchen Billo-Themenfehler gemacht werden. Aber bei sowas, ich weiß nicht, irgendwie halte ich von Leeroy von Video zu Video immer weniger. Auch dieses Gefühl, dass Leeroy aus seinem Kanal ein Kabinett der Kuriositäten macht. Das ist nicht meine Ansicht, aber lässt sich halt durch die Aufmachung manchmal vermuten und vor allem, weil der Fokus nicht auf den betroffenen Personen, sondern auf die Zuschauerstellung liegt. Diese absolut harten Themen, die so deplatziert und schlecht moderiert werden, sind nochmal das i-Tüpfelchen oben drauf. Ich habe den Kerl eigentlich wirklich mal gerne geguckt, aber mittlerweile macht es mir das halt alles madig. Es gab so viel Kritik von allen Seiten. Wirklich, jeder hat ihn kritisiert. Und was hat sich... Und immer... Und was ich auch nicht verstehe, was ich auch nicht verstehe, es kam so viel Kritik aufgrund dieses AfD-Videos, aufgrund von Priester und so weiter, aufgrund von Formaten, wo man sagt, Alter, warum stellt man das gegenüber, ne? Warum will man jetzt so einen heftigen Kontrast haben, was kein Mensch weiterbringt? Warum macht ein Video... Warum macht jemand mit, so bei... Stotterer trifft... Irgendjemand mit einer anderen Krankheit oder so, was man gar nicht gegenüberstellen kann. Warum trifft Tourette-Erkrankten Down-Syndrom-Personen und so was? Warum? Das ergibt gar keinen Sinn. Das ist gar nichts vergleichbar. Das verstehe ich halt auch nicht. Auch das wurde nicht großartig umgesetzt. Und ich weiß... Ich weiß nicht so, selbst nach der krassen Kritik mit diesem AfD-Video, er hat es nicht mehr offline genommen. Er hat es einfach nicht offline genommen, nichts weiter dazu gemacht. Das ist einfach sehr, sehr schade. ... sich geändert. Nichts. Es ist noch schlimmer geworden nach dem Funk-Austritt. Naja, wir hören uns im nächsten Video. Naja, gut, der Funk-Austritt war deshalb, um dann Placements schalten zu können, um mehr Geld zu verdienen. Ist ja auch ganz logisch. Was ich auch nachvollziehen kann, aber es hat sich jetzt nichts ins wirklich Positive gebessert. Das ist halt traurig. Sehr, sehr gutes Video. Dankeschön, Chasnero, für die Aufarbeitung. War echt top, muss ich ehrlich sagen. Videos nach 3 Stunden 90.000 aufgerufen. Was? 90.000 aufgerufen. YouTube zeigt die Klicksverzögerung. Nur am Dachboden sieht man die genauen Zahlen. Dann doch von YouTube monetarisiert worden. Danke für eure heftige Aktivität gerade. Das ist nicht normal. Junge, der weiß der, er macht so viel. Guck mal, Chasnero, das war, glaube ich, jetzt seit zwei Wochen sein erstes Video wieder. Das geht halt komplett steil, aber auch zu Recht geiles Video. Ähm. Ehm. Ehm.